Wo kommt ihr so her? München! Wer ist aus München? Mal kurz klatschen allgemein, wer ist heute aus München? Ach, das bist nur du. Was macht man denn München beruflich? Ich arbeite bei der Bahn. Du arbeitest bei der Bahn? Eine Frage habe ich. Warum bist du schon hier? Du bist immer pünktlich? Achso, fährst du mit dem Auto? Bist du mit dem Auto gekommen? Nee, mit der Bahn? Wem willst du das erzählen, Alter? 2000 Leute fehlen doch, die sind auch alle noch im Zug. Geil. Was zahlst du Miete in München? 500 Euro warm? Und wie lebst du nicht so auf 3,5 Quadratmetern? Ist das schön?